Mein Name ist Wodi Risi. Ich bin zur Zeit bei einem Andy Engel Tattoo Studio. Ich schaffe seit circa drei Jahren jetzt dort festangestellt. Ich habe circa vor acht, neun Jahren angefangen damit. Ich habe mich jetzt eigentlich schon ziemlich auf Realistik spezialisiert. Ich habe früher Maori und sämtlichen anderen Zeug gemacht. Und das ist halt. Und das ist halt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017